Meine Corona-Geschichte. Während der Krise sind nicht ganz viel mit meiner Familie geräst. Wir waren bald in Allwakansfurt und wir waren immer am Gange, Wakanzen zu planen. Für die Grenzen zu sehen, keine Fliege fliegt, und dort alle zu sehen, können wir kein Riesen planen. Ich vermisse in einem Land zu entdecken und auf der Plage zu leihen und die Zeit zu genießen. Was ich daraus lerne und nicht will, dass es nicht mehr so ein Massentourismus mehr soll gehen und ich könnte auch noch mehr Fliege auflegen, wenn es der Umwelt ist. Die Krise gibt sicher nicht mehr die selbe Striebe drin und es gibt mehr Wert auf Qualität wie auf Quantität gewünscht. Auf hier und allem haben wir hier auch eine ganz schöne Zeit verbraucht. Es gibt viel mehr den Naturgang und auch eine Menge Schwamm.